Nach dieser verheerenden Niederlage ist Löw überhaupt noch als Trainer zu halten. Also zunächst möchte ich sagen, dass ich Löw wirklich menschlich unglaublich schätze. Und ich denke, wie viele Fußballfans eine große Dankbarkeit für das empfinden, was er viele, viele Jahre als Bundestrainer geleistet hat. Natürlich mit dem Höhepunkt des WM-Titels 2014. Darum fand ich es auch richtig, dass man Löw eine zweite Chance gewährt hat, nachdem er die WM 2018 in Russland so in den Sand gesetzt hat. Ich fand es auch richtig, dass er einen Umbruch eingeläutet hat und Boateng, Hummels und Müller erst mal rausgenommen hat. Aber jetzt muss man halt auch ehrlich sagen, es hat nicht funktioniert. Löw war lange Zeit der Weltmeister-Yogi, jetzt ist er der 0-6-Yogi. Und diese Ratlosigkeit, die er ausgestrahlt hat nach dem Spiel, ein völlig leerer Blick, eine Mannschaft, die wirklich wie tot wirkte auf dem Platz, die hat einfach deutlich gemacht, dass er gerade diese Spieler, diese Mannschaft nicht mehr erreicht. Er hat jetzt zu verantworten die höchste Niederlage seit 1931. Lothar Matthäus hat gesagt, das ist nicht Deutschland. Was für ein Satz von unserem Rekordnationalspieler, der deutlich macht, wie groß eben die Krise aktuell ist. Löw wirkt zudem beratungsresistent, was eine mögliche Rückholaktion der drei Spieler betrifft, Boateng, Hummels und Müller. Und da muss man einfach sagen, es geht nicht mehr. Man sieht vor allen Dingen auf dem Platz eines, die Spieler wirken nicht sortiert. Wir haben ein riesiges Problem in der Abwehr. Löw schafft es einfach nicht, dort eine Stabilität reinzukriegen. Wir haben drei Gegentore bekommen gegen die Schweiz, gegen die Türkei, selbst bei dem Sieg jetzt gegen die Ukraine, dreimal Pfosten. Und jetzt eben sechs Tore gegen Spanien. Und da ist dann einfach auch der Zeitpunkt gekommen, wo der DFB sagen muss, es geht nicht mehr weiter, es muss die Reißleine gezogen werden. Ich persönlich hoffe, dass Jogi Löw die Kraft aufbringt, jetzt auch zu erkennen, dass sein Weg hier zu Ende ist und dass er idealerweise selbst seinen Rücktritt anbietet, um gesichtswahrend jetzt aus dieser angespannten Situation, aus dieser Fußballkrise herauszukommen, damit man dann auch irgendwann rückblickend sagen kann, es war eine tolle Zeit mit Jogi Löw. Er hat uns zum Weltmeister gemacht, unter anderem mit einem historischen 7 zu 1 gegen Brasilien. Aber jetzt geht es nicht mehr. Darum ganz klar, die Zeit von Jogi Löw als Bundestrainer muss jetzt zu Ende gehen. Und ich würde sagen, wir gucken uns einmal an, was er selbst nach diesem 0 zu 6 gesagt hat. Ein Spiel, wo überhaupt nichts funktioniert hat. Und das ist natürlich jetzt für uns alle erstmal bitter. All die Dinge, die wir besprochen haben, die wir uns vorgenommen haben, haben nicht funktioniert und sind nicht in dem Maße auf den Platz gekommen, wie wir das wollten. Und dann hat man eben auch gegen starke Spanier eigentlich auch keine Chance. Jetzt müssen wir mal schauen, ein Fazit zu ziehen. Jetzt, das ist jetzt nicht so einfach, unter dem Eindruck von diesem Spiel. Und wir haben alle sicherlich geglaubt, dass wir schon einen Schritt weiter sind. Ja, Matthias, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass entweder der DFB Konsequenzen zieht oder Jogi Löw selber. Kurzer Blick in die Zukunft. Wer würde sich denn als neuer Nationaltrainer anbieten? Also es gibt da die unterschiedlichsten Modelle, über die man jetzt diskutieren könnte. Das eine wäre die DFB-interne Lösung. Da wäre man bei Stefan Kunz, der die U21 trainiert. Oder Markus Sorg, der aktuelle Co-Trainer von Löw, was aus meiner Sicht ein fatales Zeichen wäre, weil natürlich auch Sorg die Entwicklung jetzt gerade mit zu verantworten hat. Ralf Rangnick ist ein gestandener Fußballtrainer, der viele Erfolge vorzuweisen hat und der vor allen Dingen sofort verfügbar wäre. Das heißt, das ist ein Name, den man in dem Zusammenhang auf jeden Fall nennen und mit dem man sich ernsthaft beschäftigen muss. Und dann gibt es noch so ein Modell, was ich weiß, viele Fußballfans in ihrer Fantasie anregt. Und bei Sportbild haben wir heute groß berichtet, dass der Name Hansi Flick auch beim DFB ein Thema ist. Hansi Flick war ja lange Zeit beim DFB, hat jetzt Bayern München innerhalb eines Jahres aus einem Trümmerhaufen einen Trippelsieger gemacht. Insofern eine hervorragende Empfehlung. Und man könnte ja sogar darüber nachdenken, es sind ja nur noch ein paar Spiele bis zur Europameisterschaft und dann bei dem Turnier, ob Hansi Flick nicht sogar in dieser Phase möglicherweise beide Jobs parallel macht. Also den FC Bayern bis zum Saisonende trainiert und anschließend noch die Europameisterschaft macht. Denn die meisten Nationalspieler sind eh bei Bayern. Und Flick würde sich garantiert keinen Zacken aus der Krone brechen, zu sagen, Müller, Boateng und auch Hummels baue ich wieder ein, weil an der Stelle brauche ich jetzt Erfahrung. und dann stellen wir Zeit ein, weil wir die